hallo meine lieben ich habe heute einen dm haul für euch und los geht's ja so spektakulär ist mein heutiger dm haul nicht das kann ich schon mal sagen starten wir einfach ich zeige trotzdem was ich gekauft habe ja ich habe mir wieder von l'oreal paris diese haarfarbe nachgekauft die habe ich schon einmal verwendet und zwar ist das die neue excellence cool cream finde ich wirklich toll merkt man auch dass da so eine cool cream drinnen mit dabei ist also so eine violette formel ist das das einfach dieses warme aus den haaren holt und kühles wie soll ich sagen kühle farben sind für mich halt dann doch eher nach die natürlicheren farben das ist die 4,11 ultra kühles mittelbraun ja 100% grauabdeckung ist mir auch immer sehr wichtig pflegende cremefarbe violette shampoo violette pflege balsam genau habe ich mir wieder nachgekauft wie gesagt finde ich sehr gut ist auch vom inhalt wirklich sehr sehr viel ja da komme ich leicht aus und da könnten meine haare noch länger sein würde ich damit noch schaffen ja aber ich glaube dass die sehr flüssig war was ich mich noch erinnern konnte aber ich glaube es gibt sowieso keine perfekte haarfarbe wenn doch dann schreibt mir mal in die kommentare welche das ist für meine mama habe ich aber auch eine haarfarbe bestellt das wollte sie so ich habe sie dann auch gefragt und ich habe ein bisschen nachgesehen was eigentlich für ihren wunsch perfekt wäre und zwar sie möchte auch immer sehr dunkel färben fast schwarz sie mischt auch sehr viel und ich habe ihr jetzt von garnier diese olia midnight dauerhafte haarfarbe ohne ammoniak sichtbar mehr glanz 60% öle in der farbe 3.0 dunkelbraun sieht aber wirklich schon sehr sehr schwarz aus vielleicht passt das auch so bei ihr sie hat auch sehr sehr dunkle haare ja so wie ich eigentlich und ja ich bin gespannt was sie dazu sagt bzw ob ich zum richtigen gegriffen habe weil sie vielleicht gibt sie mir auch dann die verpackung und sagt mir wie sie die so gefunden hat damit ich sie euch eventuell auch in ein aufgebraucht video zeigen kann dann habe ich mir und vielleicht habe ich jetzt einfach blöderweise das zu früh gekauft ich habe mir noch mal dieses fliegengitter gekauft und zwar in weiß ich habe letztes jahr schon mal so ein selbst klebendes oder selbst zum befestigen dieses fliegengitter gekauft habe das dann irgendwie ein bisschen blöd zugeschnitten hat dann nicht so gut funktioniert aber bei einem also bei unseren schlafzimmer bei dem fenster haben wir eins das möchte ich doch noch mal probieren mit dem hier habe ich bin wirklich schon stark am überlegen ob ich das professionell von einer firma machen lassen wo die diese fenster gitter rahmen einsetzen und man kann die dann ja rausnehmen zum waschen etc ja ich habe mich da schon ein bisschen informiert es ist jetzt nicht allzu teuer wird es dann auch gleich für jedes fenster machen bei uns im haus wenn schon denn schon ja vor allem ist es auch hauptsächlich der grund wir können nicht richtig die fenster aufreißen um zu lüften da unsere katze dann immer raus springt auf unsere terrassenüberdachung dann will sie nicht rein und dann ach ja es ist einfach mühsam ich probiere es jetzt noch mal mit dem hier mal sehen wie lange und ja im endeffekt wird es wahrscheinlich auch das hinlaufen dass ich mir eine firma dafür engagieren werde ja meine lieben sommerzeit heißt auch wieder mückenzeit und ja ich probiere es wieder mal ich versuche mir immer solche sprays oder raumsprays oder es gibt ja verschiedenes aber irgendwie habe ich das gefühl dass nichts funktioniert und die viecher schon wirklich immun gegen die sachen sind habt ihr da vielleicht irgendein wundermittel für mich ich probiere es jetzt einfach mal mit den zwei sachen ich habe hier eine normale mückenkerze so wie es glaube ich einfach jeder auch kennt mit der wirkung von geraniol ja die werde ich auf jeden fall bei uns auf die terrasse stellen und ja bewährt schutz im haus und im freien riecht wirklich sehr sehr stark nicht so dieses übliche zitronella sondern irgendwas ist da noch mit dabei und dann habe ich noch mückenspray geholt mücken und tiger mücken zecken stech fliegen insektenschutz von au zahn ist das ja sprüht auch kopf über die nummer eins gegen mücken naja wenn dann muss er das wenigstens etwas helfen meist verkaufte marke in europa ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher ob man das produkt auch auf kinderhaut anwenden darf ihr wisst ich bin da schon sehr empfindlich wenn es um meine tochter geht ja aber ich mag es halt dann auch nicht wenn sie komplett zerstochen ist und die mücken mögen auch sie sehr gerne ja ich werde es auf jeden fall testen wenn ihr das zu hause habt schreibt es mir mal in die kommentare ob euch ob das bei euch etwas bringt nachgekauft für mich habe ich dieses mal das ein produkt das ich ständig in die kamera halte und nicht auswendig weiß das reinigungsöl von balia das ist parfüm frei ist für trockene haut schnelle reinigung auch bei wasserfesten make-up mit arganöl ein produkt was ich euch ständig in die kamera zeige egal ob jetzt aufgebraucht oder neu gekauft ja ist einfach ein lieblingsprodukt von mir dann habe ich für meine tochter wieder eine neue zangrimm geholt ich weiß nicht irgendjemand von euch eine abonnentin hoffentlich hat mir in die kommentare geschrieben dass sie die hier sehr sehr gerne verwendet für ihr kind und ja ich habe mir sie dann auch gleich etwas genauer angesehen optimierte fluoride verfügbarkeit dreifachschutz fluoride xylit und kieselgel für zähnchen alles gut zahnfreundlich getestet ökodest sehr sehr gut also ökodest sehr gut nicht sehr sehr gut finde ich auf jeden fall schon vom ersten eindruck mal toll und wartet mal zum gerne zähneputzen mit fruchtig frischen himbeer erdbeer geschmack geschmack könnte mir vorstellen dass das dann vielleicht doch etwas für sie ist ansonsten bleibe ich dann wahrscheinlich bei der elmex zahncreme aber ich werde die auf jeden fall bei meiner tochter auch ausprobieren bin gespannt was sie dazu sagt ja wie gesagt der zahnarzt hat gemeint es ist doch vor allem glaube ich in dem alter schon relativ gut wenn man mit fluoride also einen zahnbarster mit fluoride verwendet weitere zwei nachkaufprodukte ja sind einfach die hier ihr wisst ihr habt ihr auch schon oft genug in meinen videos gesehen das ist einmal von borotalko das dio spray in pure mit 0% aluminium salze und zwar das blaue kaufe da immer silber und blau abwechselnd damit es mir nicht langweilig wird und ja der catrice augenbrandstift der slimetic ultra präzise das wort kann ich einfach auch schon auswendig und zwar das ist der in der nummer 020 medium perfekte farbe toll im auftrag geht verdammt schnell leer aber ist verdammt gut dann habe ich mir wieder einen nagellack entferner gekauft und zwar den von ebelin das ist der mit aloe vera duft für empfindlichen nägel genau der ist aceton frei vom duft her finde ich sowieso dass den nagellack entferner einfach nur ekelhaft riechen aber das ist halt so brauche ich immer wieder vor allem für meine 10 nägel die sind eigentlich ganz ja lackiert da ich ja meine fingernägel nicht sehr häufig lackieren kann dass man einfach zu viel arbeit ist nur für zwei tage ich bin ja krankenschwester und ja als krankenschwester sollte man seine fingernägel nicht lackiert haben aber ich denke das wissen alle dann habe ich mir von mivolis ein nahrungsergänzungsmittel nennt man ja so schön oder ja nahrungsergänzungsmittel steht ja i oben ja zink plus c typo enthält 5 mg zink und 300 mg vitamin c einmal täglich zur unterstützung des immunsystems ich glaube das ist nie verkehrt sein immunsystem zu unterstützen und ja es sind 60 kapsel drinnen sprich da komme ich dann für zwei monate aus ich finde es vom preis her auch wirklich total okay ist vor allem gut zur kalten jahreszeit und bei einseitiger ernährung und ja das ist bei mir leider auch der fall verwendet ihr eigentlich nahrungsergänzungsmittel ja oder nein wenn ja was nehmt ihr so ein ich nehme sehr gerne vitamin d und ja jetzt zink ein und kalzium kalzium muss ich nehmen wegen meiner rheuma erkrankung ist sehr wichtig für die knochen vor allem mit meiner trotz noch immer kleinen menge an quartison von dem komme ich noch nicht ganz so weg und werde ich wahrscheinlich auch nicht aber gut das ist jetzt ein anderes thema ja man sollte aber nicht mehr als eine kapsel auf jeden fall am tag zu sich nehmen das nächste und ich glaube auch schon ja letzte produkt ist das hier und zwar ist das von nivea eine tagespflege mit lsf also lichtschutzfaktor 30 finde ich richtig gut deshalb habe ich es jetzt auch gekauft hat mich auf jeden fall sehr interessiert es gibt jetzt nicht so häufig tagespflege die einen lichtschutzfaktor mit dabei haben doch schon jetzt immer mehr aber ja hat mich auf jeden fall sehr interessiert ist von nivea dieses dreifach komplex tagespflege 24 stunden feuchtigkeit natürliches mandelöl für trockene haut und 50 milliliter ist mit shea butter und sieht auf jeden fall so aus und ich möchte auch gleich mal dazu schnuppern mich interessiert nämlich auch immer die konsistenz wenn die so extrem dick ist dann ist das eigentlich für mich eine nachtpflege beziehungsweise etwas für die kalte jahreszeit mhm ist dieser typische nivea duft halt einfach von der konsistenz her schon sehr dick im ersten eindruck zumindest ja sieht so aus und da ist nichts flüssig aber ich glaube im endeffekt fühlt sie sich gar nicht so dick auf der haut an aber ich werde es auf jeden fall testen und euch spätestens in einem favoriten oder auch aufgebraucht video euch davon berichten meine lieben das war's mit meinem dm haul danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal da